groß ehrenwort picke mal am körper bekommen man weg aber ganz wichtig es definiert euch nicht es definiert uns nicht ist es alle so schön wie ihr seid und trotz dessen wenn es euch belastet hier ein paar tipps besten geht picke mal weg indem man die zellregeneration der haut ankurbelt es geht am besten mit vitamin a und mit chemischen peelings chemischen peelings am besten liquids die man einfach auf dem rücken verteilen kann und auch umfüllen kann eine sprühflasche solltet ihr schon regelmäßig wenn also einmal die woche wird nicht reichen ich würde euch empfehlen so zwei bis dreimal die woche die haut am körper ist ein bisschen robust hat da könnt ihr ein bisschen mehr austesten einigen wirkt vitamin a besser ich muss sagen bei mir wirkt auch vitamin a besser allerdings ist das so eine probleme aussage unbezahlte produkte empfehlungen sind der beschreibung versprochen was ich im video zu körper und reinheiten gesagt habe ist ja dass ihr auch den rücken durchaus mal mit einer bürste reinigen sollte ich habe glaube ich habe mein neues lieblingsgerät dafür gefunden diese dinge dankeschön an die black community liebe ich danke ich hoffe dass ich wieder durchgeholfen konnte konsumieren reicht folgen müsste ich ansonsten wünsche euch einen wunderschönen tag ihr seid alle wunderschön habt euch lieb